Als am 30. September russische Kampfjets begonnen haben, im Kampf gegen den islamischen Staat, kurz IS, erste Ziele in Syrien zu bombardieren, ging die antirussische Propaganda der westlichen Presse los. Sofort wurde Russland beschuldigt, Russland hätte es gar nicht auf Stellungen der IS abgesehen und bei seinen Luftangriffen gezielt Zivilisten getötet. Wieder einmal stand das vernichtende Urteil über Russland fest, bevor die Beschuldigungen überhaupt hinterfragt und unter Berücksichtigung der Stellungnahme der anderen Seite geprüft wurden. Ausführlich berichteten wir darüber in der Sendung vom 2. Oktober. Keine Gelegenheit wird ausgelassen, um den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu verunglimpfen. Ganz anders berichten die Medien, wenn es um die USA oder den US-amerikanischen Präsidenten Barack Obama geht. So meldete das Schweizer Radio und Fernsehen, kurz SRF, am 4. Oktober 2015, dass bei einem Bombenangriff im afghanischen Kunduz in einem Krankenhaus der Organisation Ärzte ohne Grenzen 22 Menschen getötet worden seien. Zum Zeitpunkt des Luftangriffs am Samstag seien 105 Patienten, Angehörige und gut 80 Mitarbeiter in dem Gebäude gewesen. SRF sprach von einem mutmaßlichen US-Luftangriff. Die USA bestätigten Luftangriffe nahe der Klinik. Ziel seien Taliban-Kämpfer gewesen. In einer Erklärung der NATO war von einem möglichen Kollateralschaden die Rede. Der militärische Fachbegriff Kollateralschaden, auch Begleitschaden genannt, bezeichnet in der Umgebung eines Ziels entstehende, an sich unbeabsichtigte oder eventuell in Kauf genommene Schäden aller Art. Hier wird sehr deutlich, dass die Medien mit zweierlei Maß messen. Da wird ein von einer Hilfsorganisation geführtes Krankenhaus mit über 180 Personen über eine halbe Stunde regelrecht bombardiert. Und es wird mit einem möglichen Kollateralschaden entschuldigt. Dass dies jedoch kaum als Entschuldigung gelten dürfte, macht folgende Erklärung von Ärzte ohne Grenzen deutlich. Allen Konfliktparteien seien vorsorglich mehrfach die genauen Geodaten ihrer Einrichtungen übermittelt worden, zuletzt am 29. September. Nach Beginn des Angriffs habe man zudem das amerikanische und afghanische Militär erneut kontaktiert. Dennoch habe das Bombardement noch mehr als 30 Minuten angehalten. Ferner sagte der Taliban-Sprecher, ich zitiere, Keiner unserer Kämpfer war zum Zeitpunkt des Angriffs ein Patient der Klinik. Die US-Streitkräfte waren offensichtlich informiert. Und rein technisch müsste es ein leichtes gewesen sein, die Bombardierung des Krankenhauses zu vermeiden. Und trotz all diesen mehr als deutlichen Hinweisen, von denen SRF sowie der Rest der westlichen Presse weiß, gibt es kaum eine Kritik an den USA und kein schlechtes Wort über Barack Obama. Und es erfolgt schon gar keine Verurteilung, wie es die westlichen Medien auch mit weit weniger Indizien sehr wohl könnten. Dies zeigt das anfangs erwähnte Beispiel der Bombardierung Russlands auf Stellungen der IS. Ein weiteres Beispiel dieser einseitigen Berichterstattung der Medien unterstreicht der Internationale Jugendkanal der Al-Chassirer Mediengruppe, einem arabischen Nachrichtensender mit Hauptsitz in Katar. Dieser verglich die Beschuldigungen gegen Russland mit den Praktiken der USA. Russland schickt zwar Panzer, Flugzeuge und Militärberater, um Ersatzverteidigung zu stärken, aber die USA seien bei weitem keine unbeteiligten Zuschauer. In den USA hergestellte Waffen würden massenweise in den Händen der IS und anderen Rebellengruppen landen. Doch darüber wird von den westlichen Leitmedien kaum etwas berichtet und schon gar nicht verurteilt. Deshalb empfehlen wir Ihnen, liebe Zuschauer, unter nachfolgendem Link, die gut zweieinhalbminütige Reportage des Jugendkanal der Al-Chassirer Gruppe anzusehen. Guten Abend. Wochenlang wurde über mögliche russische Luftschläge in Syrien gegen die Terrororganisation Islamischer Staat, kurz IS, spekuliert. Am 30. September nun haben russische Kampfjets begonnen, erste Ziele in Syrien zu bombardieren. Gleichzeitig reagierte die westliche Presse mit antirussischer Propaganda. Sofort machte eine Meldung der Nachrichtenagentur Reuters die Runde. Russische Jets hätten Stellungen der angeblich moderaten Rebellen in Homs angegriffen, statt die Terroristen des IS. Dabei wären 36 Zivilisten ums Leben gekommen, wie ein sogenannter Oppositionsführer mit Namen Khaled Kotscha behauptet haben soll. Übereinstimmend brachten die westlichen Leitmedien nun Zweifel an, ob Russland wirklich den IS angreifen oder seinen Partner Assad an der Macht halten wolle. Die Tötung von Zivilisten sei die Folge davon. Doch inwiefern sind diese Zweifel berechtigt? Wie zuverlässig sind die neuesten Anschuldigungen gegen Russland und was sagen die Gegenstimmen? Dazu nehmen wir in drei Schritten Stellung. 1. Grundsätzlich ist zum Kampf gegen den IS zu sagen, dass Russlands Eingreifen gegen die brutale Terror-Miliz IS nicht verwundern kann. Werden doch seit über einem Jahr Luftangriffe der Anti-IS-Koalition unter der US-Führung auf Stellungen der IS geflogen. Jedoch ohne die geringsten Erfolge, wie selbst das Schweizer Radio und Fernsehen am 21. August ernüchternd feststellen musste. Ich zitiere US-Kampf gegen den IS läuft nicht nach Plan. Zitat Ende In der Sendung vom 23. August diesen Jahres berichteten wir hier auf klar.tv ausführlich darüber, wie die US-Regierung vordergründig den IS bekämpft, um unbehelligt weiterhin daran zu arbeiten, Bashar al-Assad und seine Regierung zu schwächen und gänzlich zu beseitigen. Zweitens Die Intervention von Russland in Syrien nannte Putin, ich zitiere, den einzigen Weg im Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Zitat Ende Zuerst muss festgestellt werden, dass Russlands Luftschläge gegen Stellungen der IS nicht gegen das Völkerrecht verstoßen. Das Völkerrecht lässt Anwendung von Gewalt auf dem Territorium eines fremden Staates unter drei Bedingungen zu. Erstens Auf Beschluss des UN-Sicherheitsrats Zweitens Als Selbstverteidigung Und drittens Auf Ersuchen der Behörden dieses Staates Wie Maria Sakharova, amtliche Sprecherin des russischen Außenministeriums, gegenüber Journalisten erklärte, bombardierte Russland IS-Stellungen in Syrien auf Ersuchen von Syriens Präsident Bashar al-Assad. Dieser habe Russland um militärische Hilfe gegen den IS gebeten. Auf der anderen Seite verstoße die von den USA geleitete Koalition, die ab September 2014 Luftangriffe auf IS-Stellungen in Syrien fliegt, gegen das Völkerrecht. Sie umgehe den UN-Sicherheitsrat, sei weder von Assad angefragt worden, noch koordiniere sie ihre Handlungen mit den syrischen Behörden. So Maria Sakharova Drittens Nun folgen noch einige Gegenstimmen zu den neuesten Vorwürfen, Russland hätte es nicht auf Stellung in der IS abgesehen, sondern bei seinen Angriffen gezielt Zivilisten getötet. Die westlichen Medien berufen sich vor allem auf die der Opposition nahestehende syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien. Selbst der US-Verteidigungsminister Ashton Carter hat diese Beschuldigung nicht bestätigen können. Das hätte eine mangelhafte Planung der Angriffe vor Augen geführt, so Carter am 30. September in Washington. Das russische Verteidigungsministerium vermeldete, dass die russische Luftwaffe gezielte Schläge nur auf Landziele des islamischen Staates verübt habe. Verteidigungsminister Sergej Shoigu teilte mit, dass Luftangriffe auf Kriegsgerät, Kommunikations- und Verkehrsgruppenpunkte sowie Waffen-, Munitions- und Schmierstofflager der Terrororganisation durchgeführt wurden. Zivile Ziele oder bewohnte Städte wurden hierbei nicht angeflogen, wie ein veröffentlichtes Videobelege. Weiter gab das russische Verteidigungsministerium bekannt, dass alle Angriffe gegen die Erststellungen in Syrien nach einer Luftaufklärung und Präzisierung der Daten des syrischen Armeestabs geflogen worden seien. Zu den Fotos von angeblichen Opfern, die im Netz erschienen sind, kaum dass russische Luftoperationen begonnen hatten, erinnerte die Sprecherin des russischen Außenministeriums an den Hollywood-Film Work the Dog, zu Deutsch, wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt. Dieser Film zeige, wie es mit gefälschten Medienberichten und Bildern möglich ist, einen Krieg, der gar nicht stattfindet, samt angeblichen Opfern- und Augenzeugenberichten vorzutäuschen. Die russische Außenamtssprecherin Maria Sakharova erklärte es so, dass Berichte, wonach durch russische Luftangriffe in Syrien Zivilisten starben, Teil des Informationskrieges seien. Wieder einmal steht das Urteil über Russland fest, bevor die Beschuldigungen der westlichen Leitmedien überhaupt hinterfragt und unter Berücksichtigung der Stellungnahmen anderer Seiten überprüft wurde. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein! Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv Klagemauer.tv Nichtgläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.